Willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Im letzten Teil haben wir per Portal diese ganzen... Oh, scheiße, leck das. So, jetzt geht's. Ähm, haben wir per Portal die Energie bis in den Raum von Azrael gebracht. Nun schauen wir doch mal. Osman, ich habe nie gedacht, dass du meine Verlust sein würdest. Hör jetzt, bevor Straga lernt, von deinem Willen. When I found you, you said the Seventh Seal was not broken. I've heard those words before. Abaddon said the same right before he died. Redirect the beams. The beams. Redirect the beams. The beams. Okay. Nun, wo kommt der erste Lichtstrahl raus? There is no time. The well of swords must be shot. Halt die Fresse, wo kommt der erste Strahl her? Ja, sicher. Halt die Fresse, Azrael. Boah, leck das. Das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass meine Festplatte bald voll ist. Von daher hoffen wir mal, dass es... Nee, das war jetzt falsch. Ähm. Jetzt schauen wir mal dann mal, dass ich noch etwas aufnehmen kann. Dann hoffe ich, dass ich die Festplatte einigermaßen leer kriege. Dass ich wieder was aufnehmen kann. Hm. Ach so, okay. Also, ich muss jetzt wieder... Geh da hoch. Boah. Olle Koksnutte. So. Ah, nee, warte. Das muss gecharged sein. Also. Charged das Portal. Charged das Portal. So. Und hier muss jetzt Energie rein. Halt die Fresse. Redirect the Beams. Aufs Maul. So. Also. Jetzt sind wir hier. Geht's noch höher? Es geht noch höher. Ähm. Was denn nun? Ich weiß nicht, was für einen Beam wir, äh, verändern sollen. Es gibt hier ja nirgendwo diesen scheiß Lichtstrahl. Aha. Okay. Jetzt haben wir's gecheckt. Jetzt haben wir's gecheckt. Normale Dämonis. Ah. Eine Fahrstuhlfahrt, die ist lustig. Eine Fahrstuhlfahrt ist schön. Mit vielen Dämonen im Gepäck, die einen hassen. Hey. Oh. Wie hoch muss ich denn mit dem Scheißaufzug fahren? Woher kommen die Scheißdämonen? Warum? Ach Gottchen. Woher danced jetzt? So. Endstation. Oh, Festplatte voll. Jo, wie ich es befürchtet habe. Habe jetzt aber mal eben 8 GB frei gemacht. Und das dürfte eigentlich für den Part noch reichen. Und dann schauen wir doch mal. Also, was gibt es denn hier jetzt? Das baut sich auf und zerbröckelt wieder. Ne, die Viecher wollen... Nein! Ja, Klosse. Okay, jetzt komm. Jetzt baue dich auf hier. Da zerbröckelt wieder. Ja, jetzt. Ja, jetzt baue dich auf. Mal schauen. Ich muss jetzt eigentlich die Pistole mal wieder rausholen. Autsch. Viel zu viele Viecher. Aua. Ich hab doch geblockt. Ich block die ganze Zeit und dann, wenn ich... Alter! Alter! Ich hab drei Leisten weg wegen den Fliegeviechern. Okay. Ja, komm. Mistvieh. Endlich. Also. Ich warte, dass hier irgendwas kommt. Ah. Angst. Ja, super! Was soll ich denn da jetzt? Wehe, die Viecher sind... Okay, die Viecher sind nicht wieder da. Ich wäre so ausgetickt. Einmal. Zweimal. Und jetzt heißt es, warten, 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 warten. Dürfte aber eigentlich jetzt gleich kommen. Genau hier. Und jetzt. Nein. Ähm, jetzt. So. Geht doch. Also dann. Beim Schauen, ob ich dann Bock hab noch. Habe ich denn dazu Bock? Die müsste ich vorher irgendwie aktivieren, die Dinger. Um mich da rüber zu hangeln. Ich bin hier auch auf die Kiste zu. Ähm, okay. Da gibt's ein Portal. Hier können wir nicht durch. Also... Woidwalker... Ja, der soll ein verficktes Portal machen. Das ist jetzt echt nicht witzig. Das ist echt nicht witzig. Da kann ich natürlich auch nicht durch. Ja, voll geil. Ja, du bist die größte Kackbratze, die ich kenne, ey. Ganz ernsthaft. Ja, super. Super. Boah, was muss ich tun? Da hinten muss ein Portal hin. Da bin ich hergekommen. Alles bestens. Naja, alles bestens. Ich hab jetzt eine Idee. Ich muss jetzt, glaube ich, warten, bis die Dinger jetzt hier lang kommen. In der Zeit... ...muss ich das Portal schießen? Nee, komm! Missteil! Hoah, ich hab so keinen Bock darauf. Scheißverficktes Mistding. Ja, hoah, ich kann so heulen. Wieso? 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 Hä? Das Teil ist drüben! Es ist drüben! Ja, 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 ja. Ein neuer Wrathcore. Boah, wir haben vier Stück. Neuer Wrathcore. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. hier eben okay ganz ruhig wenn ich nicht wieder sterbe weil dieses Ding wieder nicht tut was es soll so 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 ja prima es leckt viel aber weil die Festplatte fast voll ist ganz im Ernst das regt mich hier jetzt gerade total auf ich beende hier einfach jetzt sofort den Part hab keinen Bock mehr auf den gesamten Kack und mach Ende Tschüss